Ich möchte heute ein Wort mit euch teilen, was in der Konsequenz, das kennen wir alle, aber in der Konsequenz mich doch sehr berührt hat und auch nachdenklich gemacht hat. Ich lese es einmal vor, das steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 33. Ich lese immer aus der Neuen-Luther-Übersetzung. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus. Noch einmal, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Als ich mir so Gedanken gemacht habe, was meint Jesus eigentlich mit diesem Wort? Da fielen mir so ein paar Dinge auf, die ich erst mal als ungereimt empfunden habe. Also Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Bedeutet das jetzt, dass die Dinge, vor denen wir Angst haben, quasi nicht mehr geschehen, weil Jesus ja die Welt überwunden hat. Und irgendwie merken wir, das ist nicht so ganz synchron, das stimmt nicht so ganz. Zum Beispiel die Klimakleber, die ja jetzt inzwischen ein Begriff sind, ich wusste gar nicht früher, dass es sowas gibt, heute ist es ein neues Hauptwort, Klimakleber. Die haben Angst vor der Zukunft. Meint Jesus jetzt, dass er eine Klimakatastrophe verhindert? Also es gibt ja so ein paar, die glauben das, aber ich glaube das nicht. Oder andere haben Angst vor einem Krieg, denn die ganze Welt rüstet ja auf, ob wir nun in den Ukraine-Krieg mit hineingezogen werden oder ob wo an einer anderen Stelle ein Krieg entsteht. Die ganze Welt rüstet auf, die Feindschaften bilden sich ganz neu, die Blöcke bilden sich ganz neu. Viele haben Angst vor einem Krieg. Bedeutet das jetzt, wenn Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, es kommt kein Krieg? Ich glaube nicht. Denn das, wenn wir das Wort jetzt sagen, wenn wir 100 Jahre vorher gelesen hätten, da stand die Welt vor entsetzlichen Kriegen. Oder andere haben wieder persönliche Ängste vor Krankheit, vor Verlust, vor Inflation, vor dem Tod, vor bösen Menschen oder vielleicht auch einfach irrationale Ängste. Das gibt es ja auch, dass du Angst hast und weißt gar nicht, wovor du Angst hast, aber sie lähmt dich total. Heißt das jetzt, dass Jesus den Tod verhindert und Krankheit verhindert? Dass es keine Krankheit mehr gibt? Was meint er mit, seid getrost, ich habe die Welt überwunden? Was meint er damit? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Krieg ist, wie in der Ukraine, und jemand liest diesen Vers und sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, und danach kommt gleich Bombenalarm, dann wissen die Leute vielleicht nicht so richtig, was meint er denn eigentlich damit? Denn das, wovor wir Angst haben, das geschieht ja tatsächlich. Wir werden krank, wir müssen sterben, wir haben Verluste, wir haben vielleicht auch irrationale Ängste, auch Christen haben irrationale Ängste, leiden darunter, wir erleben eine Inflation, wir haben vielleicht böse Menschen in unserer Umgebung, die uns nicht gut gesonnen sind, mit denen wir nichts klarkommen, vor denen wir vielleicht Angst haben sogar. All das ist ja immer noch da. Also was soll bitte uns getrost machen? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich dachte, dieser Vers, der klingt so wunderschön. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber irgendwie das, wovor wir hier Angst haben, das geschieht ja alles. Es passiert ja alles. Wir werden krank, Krieg und so weiter und so fort. Also gewöhnlich beziehen sich unsere Ängste ja und auch unsere Bedrängnisse, man kann es auch mit Bedrängnis übersetzen, das Ganze, auf Ereignisse, die hier geschehen oder hier geschehen könnten. Angst bezieht sich ja auch auf eine potenzielle Zukunft, also die hier geschehen könnten. Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus selber mit der Angst umgeht und wie er überhaupt Angst und Furcht definiert. Und da kommen ganz erstaunliche Dinge. Wie redet Jesus über die Angst und was meint Jesus, was uns wirklich Angst machen kann? Was meint er? Und ich lese zum Beispiel einmal ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 28. Da sagt Jesus, Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Ja, du liebe Güte, gerade vor denen fürchten wir uns ja. Aber Jesus sagt, Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Ich habe mal eine Predigt gehört, da hat der Prediger den, den wir fürchten sollen, als den Teufel ausgelegt. Aber das ist ein biblischer Irrtum. Der Teufel kann niemand in der Hölle verderben. Der hat selber Angst davor. Das ist eigentlich sein Ort. Der hat selber Angst davor. Sondern das ist Gott. Und modernere Übersetzungen, die schreiben auch sofort Gott da hinein. Fürchtet vielmehr Gott, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Also jetzt sagt Jesus, dass wir eigentlich eine ganz andere Furcht haben sollten. Da redet er gar nicht von Krieg und Krankheit und Tod und alles das, was uns hier so ereilen kann. Im Gegenteil. Er sagt also das, was wir als äußerst bedrohlich empfinden, nämlich, dass Menschen gegen uns gehen und uns umbringen. Davor sollen wir uns nicht fürchten. Aber was wirklich bedrohlich ist, ja das ist vielen gar nicht bewusst, davor sollen wir uns fürchten, nämlich vor dem, der Leib und Seele in die Hölle bringen kann oder in der Hölle verderben kann. Und in diesem Zusammenhang lese ich nochmal ein Vers, der auch wunderschön klingt und trotzdem so eine kleine Bemerkung da drin hat, die man oft überliest. Da schreibt nämlich Johannes in dem ersten Brief, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. So, da bleiben wir oft stehen, aber es geht weiter, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Ja, von wem kommt denn bitteschön die Strafe? Die Furcht, er sagt nicht, die Furcht rechnet mit Krieg oder mit Tod oder so, sondern die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also auch Johannes geht darauf ein, dass die eigentliche Furcht, die eigentliche Angst, von der Jesus sagt, dass wir sie sogar im gewissen Sinne ein Stück haben sollten, die Bibel nennt das Gottesfurcht, dass wir diese Furcht haben sollten, um die geht es hier. Also Furcht ist nicht in der Liebe, das heißt nicht, wenn du dich der Liebe Gottes bewusst bist und Gott liebst, dann musst du weder Tod noch Teufel, noch Verfolger, noch irgendwas fürchten, nicht mal den Zahnarzt. Aber das sagt er gar nicht. Und davor fürchten wir uns ja normalerweise zumindest auch immer ein bisschen. Also beim Zahnarzt, da habe ich schon Dinge hinter mir gehabt, aber ich habe da immer mir den Psalm 23 aufgesagt, während er da fürchterliche Dinge in meinem Kiefer veranstaltete. Und das half dann doch so ein bisschen, ein gewisses Maß hatte auch die Betäubung, muss ich gestehen. Aber Jesus redet hier von was anderen. Er redet eigentlich wieder von Gott. Furcht ist nicht in der Liebe. Wir müssen Gott nicht fürchten. Und ich vermute, dass etliche Christen mich jetzt angucken, und wieso müssen wir uns überhaupt vor Gott fürchten? Das ist doch der liebe Gott. Wir müssen uns doch überhaupt gar nicht fürchten. Also fürchten tun wir uns eigentlich vor den Dingen, die hier jetzt gerade passieren, vor bösen Nachbarn oder was weiß ich, aber doch nicht vor Gott. Das ist doch der liebe Gott. Aber Jesus selber und auch im Johannes-Evangelium und auch im Matthäus-Evangelium an anderen Stellen redet eigentlich genau andersrum. Er sagt, wenn wir überhaupt etwas fürchten sollten, vor irgendetwas Angst haben sollten, dann vor Gott. Also mit den Ängsten, die wir hier haben, da geht Jesus wiederum andersrum. Zum Beispiel sagt er in Bezug auf die Endzeit, wo er alles Schlimme schildert, also eigentlich ein Schrecken nach dem anderen. Dann sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. oder in den Seligpreisungen, da sagt Jesus folgendes, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen, euren Namen als böse um des Menschensohnen willen verwerfen. Und dann sagt Jesus, freut euch an jenem Tag und tanzt. Also da ist der Augenblick, wo ein Tanzmal beginnen sollte. Freut euch an jenem Tag und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Also die Ängste, die wir hier haben, ausgestoßen zu werden, dass man schlecht über uns redet, uns verwirft und so weiter, uns für Idioten hält oder uns sogar angreift oder so. Da sagt Jesus, wenn das so ist, dann freut euch, dann tanzt, dann seid fröhlich, denn euer Lohn ist groß. Das Gleiche haben auch die Propheten erlebt. Und genauso haben übrigens auch die Apostel gehandelt, als sie von den Schriftgelehrten und von dem Hohen Rat bedroht wurden und sogar geschlagen wurden. Da gingen sie fröhlich nach Hause, heißt es, weil sie geehrt worden waren, um des Namens Jesu Willen zu leiden. Also das ist genau umgekehrt, wie es manchmal bei uns ist. Und so kriegt dieser Ausgangsvers, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, bekommt plötzlich eine völlig andere Bedeutung. Es geht also um die Angst, die wir vor Gott haben oder haben sollten oder haben müssten. Und jetzt gehe ich mal ein Stück weiter, warum das so ist. Jesus sagt, oder ich will das mal so sagen, als Jesus in diese Welt kam, da wusste er, dass der Zorn Gottes auf dieser Welt liegt. Er kam also in eine Welt hinein, die im Grunde genommen kurz davor war, komplett von Gott verworfen zu werden. Der Zorn Gottes lag auf dieser Welt. Deshalb sagt er, auch so ein bekannter Vers, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 3,36 ist das. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Und jetzt sagt er nicht, weil irgendein zukünftiges Gericht da irgendwann mal kommt, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das heißt, Jesus kam in eine Welt, über die Gott zornig war. So war die Situation. Und deswegen sagt er auch seinen Jüngern und den Leuten, die ihm zuhören, ihr müsst, wenn ihr überhaupt vor irgendetwas Angst habt, dann vor Gott. Denn der Zorn Gottes liegt auf dieser Welt. Der kommt nicht irgendwann am jüngsten Tag und dann werdet ihr mal sehen oder so. Der liegt auf dieser Welt. Er liegt wirklich drauf. Und wer dem Sohn nicht gehorsam ist, ihm nicht glaubt, auf dem bleibt dieser Zorn Gottes liegen. Wir kriegen plötzlich also eine ganz andere Seite von Gott auch mit zu hören in diesem eigentlich so schönen Vers in der Welt habt ihr Angst. Zumindest indirekt kriegen wir das zu hören. Das wirkliche Problem war und ist der Zorn Gottes, der auf dieser Welt liegt. Und Jesus Christus, das müssen wir auch mal sehen, Jesus Christus starb nicht, um Kriege zu verhindern. Er lenkte vielmehr den Zorn Gottes auf sich, damit wir ihn nicht tragen müssen. Das ist eigentlich das Evangelium. Und wenn uns nicht klar ist, wie die Sache von Gott hier eigentlich aussieht und in was für eine Welt Jesus hineingekommen ist und wie es immer noch bei denen ist, die ihm nicht glauben, dann wird uns gar nicht richtig klar, was Jesus eigentlich wirklich für uns getan hat. Und ich habe das in einer Losungsandacht jetzt kürzlich geschrieben, das, was mich so fasziniert, das Opfer Jesu, dass wir also wissen dürfen, dass Gott uns nicht strafen wird. Das werden wir bis in alle Ewigkeit sehen. Denn am Ende der Offenbarung heißt es, diese neue Welt bedarf nicht einer Sonne, sondern Gott selber ist die Sonne und das Lamm. Da steht das Lamm. Und mit dem Lamm ist das Opferlamm gemeint. Es wird ganz bewusst am Ende der Offenbarung von dem Lamm gesprochen. Das heißt, wenn wir in Gottes neuer Welt sind und uns überkommt, vielleicht gerade in der Gegenwart der Heiligkeit Gottes, die so unglaublich mächtig und kräftig ist, uns überkommt eine gewisse Angst, dann brauchen wir nur ins Licht zu schauen, was von dem Lamm ausgeht. Da sehen wir das Lamm, was leuchtet. Das heißt, wir sehen, das ist ja ein Symbol, wir sehen Jesus Christus, den Gekreuzigten. Deshalb hat Paulus übrigens das Evangelium genau darauf reduziert, dass er sagte, ich habe euch nichts anderes gepredigt, als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Was das bedeutet, Jesus zog den Zorn Gottes auf sich, wie eine Art Blitzableiter, damit wir ihn nicht tragen müssen. Nun merke ich ja, dass das Bewusstsein für die Heiligkeit Gottes in vielen verloren gegangen ist. Viele Christen glauben an den lieben Gott, der alles irgendwie durchgehen lässt. Andere glauben überhaupt nicht an Gott oder sie glauben nicht daran, dass Gott einmal die Welt richten wird. Und weil viele Christen auch gar nicht diese gewisse Ehrfurcht mehr haben vor Gott, dass wir uns eigentlich glücklich preisen können, dass uns jemand erlöst hat. Dass der Zorn Gottes quasi nicht uns trifft, sondern ihn getroffen hat. Wenn uns das nicht bewusst ist oder die Menschen, die überhaupt gar nicht an Gott glauben, dann ist es logischerweise, dass die Ängste sich auf das konzentrieren, was jetzt gerade hier passiert. Ich glaube, was Jesus uns mitteilen möchte, ist, das, was hier passiert, ist schlimm und es kann einem auch Angst machen. Aber das, was einem wirklich Angst machen könnte, was viel, viel schlimmer und viel, viel größer ist, das hat er für uns auf sich genommen. Und in diesem Moment erscheinen die Dinge, die dann hier passieren, irgendwo in einem kleineren Licht. Aber es hat noch ganz andere Konsequenzen. Wenn die Heiligkeit Gottes oder wem die Heiligkeit Gottes bewusst ist, der nimmt sein eigenes Versagen wahr. Also wenn wir uns quasi mit Gott konfrontiert sehen, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Macht und seiner Kraft und seiner Reinheit, dann merken wir ihn natürlich auch automatisch, wo wir so stehen. Man nimmt sein eigenes Versagen wahr. Und das gehört dazu. David Wilkerson, der ist ja nun schon längere Zeit gestorben, der hat ja Teen Challenge gegründet und viele von Ihnen kennen vielleicht seine Bücher, das Kreuz und die Messerhelden. Den haben wir mal besucht in New York, in der Times Square Church und dann haben wir noch mit ihm zusammengesessen und dann erzählt er eine ganz interessante Geschichte. Er sagt, als seine Mutter im Sterben lag, eine ganz gläubige, fromme Frau, da bekam sie es plötzlich mit der Angst. Da hat sie ganz große Angst bekommen, dass sie nicht genug für Gott gemacht hat. Da kam ihr plötzlich, sagen wir mal so, das Versagen in ihrem Leben kam ihr plötzlich hoch und die Gnade, auf die sie ja eigentlich ihr Leben lang vertraut hat, die wurde plötzlich in ihrem Inneren klein und es kam diese Angst auf, dass Gott sie doch richten könnte, vielleicht, weil sie sich ihm jetzt näherte, weil sie mehr in seine Nähe kam, weil sie halt sterben musste. Ich weiß noch ganz genau, als ich persönlich mein Leben ganz bewusst in die Hände Gottes gelegt habe, da hatte ich richtig auch ein Stück Angst. Weil mir klar war, nicht so nach dem Motto, ach, das ist der liebe Gott, das kann doch gar nicht passieren, das war dein Leben in die Hände Gottes oder so, also so war das gar nicht. Sondern es ist der Heilige, der Allmächtige Gott und du gibst ihm bewusst dein Leben, er kann jetzt damit machen, was er will. Du kannst im nächsten Moment tot sein, du kannst was weiß ich, du gibst ihm selber quasi die Freiheit, mit deinem Leben zu machen, was er will. Da hatte ich ein Stück Angst. Und wie glücklich war ich, als er es nicht tat. Aber das erlebt man eigentlich nur in der Konfrontation mit Gott, in dem Reden über Gott, oh, liebe Gott, du machst doch nichts und Gott ist doch gnädig und so. Das bringt gar nichts, sondern in der Konfrontation. Und diese Frau, die stand nun in ihrem Sterbeprozess kurz davor, vielleicht in ein, zwei, drei, vier Stunden oder nächsten Tag direkt vor Jesus zu stehen. Und selbst als dieser Johannes einmal in einer Vision direkt vor Jesus stand, war das nicht so, ach Jesus, wie schön dich wiederzusehen, du bist ja so lieb, sondern der sank völlig kraftlos zusammen. Der Herr musste ihn wieder erheben, weil ihm plötzlich die Macht und die Heiligkeit und die Reinheit Gottes vor Augen geführt wurde und da merkte er plötzlich, wer bin ich, wie kann ich hier überhaupt bestehen? Aber er konnte bestehen, weil Jesus den Zorn Gottes auf sich gelenkt hat. Darum geht es. Also wenn das so ist, dass Menschen oder dass du vielleicht Angst vor Strafe Gottes hast und merkst, dass du dich immer wieder irgendwo auch verfehlst, versündigst, vielleicht sexuell, vielleicht in Unversöhnlichkeit, vielleicht in deinem Hass, den du innerlich spürst, vielleicht auch in deiner Feigheit, dass du dich nicht bekennst zu Jesus oder in deiner Maßlosigkeit oder vielleicht auch in deiner Gleichgültigkeit Gott gegenüber und so weiter. Wenn dir das bewusst wird und du eine gewisse Furcht und Angst vor Gott hast, dann sage ich dir, hat Jesus eine wunderbare Botschaft für dich. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Genau für diese Personen hat Jesus diese Botschaft. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wisst ihr, was ich glaube, wovon Jesus redet? Er redet von der Welt in uns. Ich möchte es einmal vergleichen. Als Gott Israel aus Ägypten rausgeholt hat, also sie aus dem Sklavenhause, aus der Sklaverei rausgeholt hat, befreit hat, da kamen sie ja in die Wüste und waren frei von Ägypten. Sie waren raus aus Ägypten. Aber Ägypten war noch nicht aus ihnen raus. Das war das Problem. Sie waren raus aus Ägypten, aber Ägypten war noch nicht aus ihnen raus, sondern sie waren noch verhaftet in den ganzen Götzenkult und was weiß ich, was da alles war. Und genau so, glaube ich, meint das Jesus auch. Wir sind auf der einen Seite nicht von dieser Welt. Wir sind raus aus der Welt. Wir sind zwar in der Welt, aber irgendwie sind wir nicht von der Welt. Aber wir sind nicht nur in der Welt, sondern die Welt ist auch noch in uns. Und das ist unser Problem, dass wir versagen, dass wir uns versündigen. Da reden wir nicht gerne drüber, denn ein Christ sündigt ja nicht, also macht das geheim. Aber wir genau, jeder von uns weiß ja genau, wenn in deinem Leben oder in eurem Leben irgendwo ein Stück Gottesfurcht ist, kennt ihr gewiss diesen Moment, dass ihr sagt, Herr, schon wieder komme ich davon überhaupt nicht los. Schon wieder bitte ich dich um Verzeihung. Es kommt mir schon so vor, als ob ich dich ausnutze. Und dann kriege ich rechtlich ein bisschen Angst. Ich will ja Gott nicht ausnutzen, aber irgendwie diese Welt in uns, die macht Probleme. Und gerade für die Menschen, die in dieser gewissen Furcht und Angst leben, dass Gott doch zornig auf sie sein könnte, aufgrund der Dinge, die ihr an euch bemerkt, gerade für diese Leute hat Jesus eine Botschaft. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Dann gibt es natürlich auch noch andere, die halten sich selbst, die sagen, ja, Jesus hat mich gerecht gemacht, wir haben den lieben Gott, also die entdecken sogar keinen Makel an sich. Und die meint Jesus nicht. Die haben keine Angst, obwohl sie Angst haben müssten. Die blenden einfach alles aus. Aber die Menschen, die vor Gott leben, in einer gewissen Furcht, in einer gewissen Angst, weil man sich selbst erlebt und weil man selber weiß, was für ein Kaliber man ist, gerade für die hat Jesus eine Botschaft. Ja, da habt ihr Angst. Ich weiß auch, was für Kaliber ihr seid. Aber ich habe die Welt überwunden. Seid getrost. Nehmen wir mal die Jünger. Die Jünger hatten eine bestimmte Denkweise. Ich fange mal mit Petrus an. Ich lese folgenden Vers mal vor. Da sie nun das Mahl gehalten hatten in Johannes-Evangelium, Kapitel 1, 20, Vers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, beide meine Lämmer. Wieso vertraut Jesus dem absoluten Versager seine Gemeinde an? Also, ich meine, die anderen waren ja weggelaufen. Aber Petrus, der hat ja noch so einen auf starken Mann markiert und sagt, ich verlasse dich nie. Und dann hat er das getan, was die anderen, die waren vielleicht feige oder waren weggelaufen, aber was die anderen nicht getan haben, er hat sogar geschworen, Jesus nicht zu kennen. Er hat ein Mein-Eid geleistet. Er hat also sich sowas aus Angst distanziert von Jesus. Er hat absolut versagt. Sein ganzes Weltbild, sein ganzes inneres Bild, seine ganze Stärke brach in einem Moment zusammen. Und danach heißt es ja, er weinte bitterlich. Und dieser Petrus, also dieser Oberversager, der da Dinge von sich gegeben hat, die überhaupt nicht richtig waren und wo er sich versündigt hatte, wo im Grunde genommen doch dieses Urteil Gottes für ihn gültig werden würde, wer sich nicht zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich nicht bekennen vor den Engeln und vor meinem Vater im Himmel. Genau dieses Wort, vielleicht hatte er das doch im Ohr, das klang da noch und dann ruft Jesus ihn und sagt, du Petrus, also ich möchte, dass du die Gemeinde leitest, dass du meine Schafe weidest. Warum gerade er? Und das ist jetzt ein ganz tiefes Geheimnis, weil Jesus mit denen, die sich ihres Versagens bewusst sind, mehr anfangen kann, als die, die das ausblenden. Und diejenigen, die sich ihres Versagens bewusst sind, sind oft diejenigen, die eine gewisse Furcht auch vor Gott haben. Also merken, dass sie nicht kompatibel sind mit der Reinheit Gottes und sich immer wieder die Frage stellen, wie kann es bloß sein, dass du mich annimmst? Ich meine, ganz lapidar erlebe ich das auch so im Zwischenmenschlichen, wenn ich mich manchmal vor dem Spiegel sehe, dann sage ich zu Angie, meiner Frau, wie kann es überhaupt sein, dass du mich liebst? Also wenn ich das da sehe, das, aber, also ich verfall da nicht in größte Selbstliebe, aber irgendwie ist es so. Ja, ja, alles Gnade, alles Gnade. Aber versteht ihr, wie viel mehr geht es darum, um die Sache Gottes, dass wir keine Furcht haben. Also mit solchen Leuten schreibt Gott Geschichte. Ich lese euch noch eine kleine Geschichte vor, die einmal zeigt, wie die Jünger dachten. Im Markus-Evangelium, kurz vorm Abendmahl, Kapitel 14, Vers 18 bis 19 heißt es, und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und jetzt kommt eine Reaktion der Jünger, die ist alles andere als eine Reaktion von selbstsicheren Christen. Die sagten nämlich, da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen, bin ich es? Das heißt, die Jünger hatten, oder die Jünger gingen davon aus, dass sie zu so einer Schandtat in der Lage waren. Versteht ihr, die Jünger waren nicht so selbstsichere, ich doch nicht, also, lieber Jesus, folge dir doch hier, die ganze Zeit nach und du solltest mal froh sein, dass du mich hast oder so. Gar nicht, sondern sie fragten, bin ich es? Also, die gingen davon aus, dass sie zu jeder bösen Tat fähig waren. Ist uns das bewusst, dass jeder von uns zu jeder bösen Tat fähig ist? dass wir absolut abhängig sind von der Gnade Gottes, dass wir Gott eigentlich fürchten müssen, dass wir uns, dass wir gar nicht mehr einatmen können vor Angst und dass wir trotzdem getrost sein dürfen, weil er den Zorn auf sich genommen hat. Das ist das Evangelium und das ist diese, diese Spannung auch, in der wir leben, aber das ist auch die große Freude, in der wir leben. Uns ist bewusst, dass wir aus uns heraus es nicht hinkriegen. Diese Spannung ist eben kaum zu beschreiben, aber das ist unser Leben und das ist im gewissen Sinne auch unser Glück. Also wer für sich selber sagt, Jesus Christus, der gekreuzigt, ach du liebe Güte, das habe ich doch schon die ganze Zeit gehört. Ja, er ist gestorben, wir sind gerecht gesprochen, alles klar, jetzt möchte ich mal irgendwie noch schön leben und so ein bisschen. Ich glaube, die Person hat noch gar nicht verstanden, um was es geht. Aber wenn wir in dieser Furcht vor Gott, wenn die in uns hochkommt und dann dieses Wort Jesu dem entgegenkommt, du weißt, du hast recht mit dieser Furcht, aber ich habe es auf mich genommen. Ich bin dein Blitzableiter. Das, was du hier angestellt hast, was du gedacht hast, wie du dich im Inneren entdeckst, das ist wirklich nicht kompatibel mit Gott. Theoretisch würde der Zorn Gottes auf dir liegen, aber sei getrost. Ich habe das überwunden für dich. Wisst ihr, das ist das große Glück im Evangelium. Das ist unsere große Freude. Das ist unsere große Dankbarkeit. Manchmal wird sie ja auch in Liedern hörbar. Kennt ihr dieses Lied? Mir ist Erbarmen widerfahren. Ein so schönes Lied. Und da wird das sichtbar. Erbarmen, dessen ich nicht werde. Das ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, die treibt unsere Furcht aus. Und morgen kommt sie wieder neu. Und die Liebe kommt wieder neu. Und treibt sie wieder aus. Und übermorgen kommt sie wieder neu, weil mal wieder irgendwas ist. Und die Liebe kommt wieder neu und treibt sie aus. Und wir leben in dieser ganz tiefen Dankbarkeit, dass obwohl wir so sind, wie wir sind und auch nicht alles einfach so schnell verändert kriegen, wir doch angenommen sind bei Gott. Also in der Welt habt ihr Angst. Eigentlich vor Gott. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ist das nicht ein schönes Wort? Ich bete noch mal mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass das Evangelium uns ganz, ganz nahe kommt, wenn wir ein Gespür dafür bekommen, wer du bist und wer wir sind. Aber umso näher es deutlich wird, dass wir eigentlich den Zorn verdient hätten, umso mehr freuen wir uns, dass du es auf dich genommen hast, Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, und ich kann mir vorstellen, dass wir auf alle Ewigkeit vor dir dankbar leben werden, wenn wir dich sehen und sehen, was du für uns getan hast, sodass wir in dieser Welt Frieden mit Gott haben und in der neuen Welt besonders. Gelobt sei dein Name dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.